Musik Bei Aufschlägen mit vorhersehbarer Flugkurve sollte der Ball frontal vor der Körpermitte angenommen werden. Die Unterarme bilden hierbei eine große, ebene, feste Spielfläche. Wir wählen hierfür die Metapher Spielbrett. Also, Körper hinter den Ball bringen, das Spielbrett ruhig zum Ball stellen und nicht gegen den Ball schlagen. Musik 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 Musik